Dies ist ein Informationsangebot der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Familien und Nachbarn – Angebote in den Quartieren Der Bereich Soziokultur bietet viele Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In Bern kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Jede Person möchte sich in ihrem Quartier wohlfühlen. Eine gute Nachbarschaft muss gepflegt und gefördert werden. Das macht die Stadt Bern gemeinsam mit privaten Institutionen. In diesem Video stellen wir Ihnen die Angebote in den Quartieren vor. VBG – Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit Die VBG fördert und unterstützt Projekte wie Quartierzentren und Quartiertreffpunkte. An verschiedenen Orten gibt es Angebote für Menschen in jedem Alter und jeder Herkunft. Gemeinsam mit Partnern hilft die VBG, quartierbezogene Projekte umzusetzen. Sie finden Informationen unter www.vbgbern.ch Oder rufen Sie uns an unter der Nummer 031 312 50 06 Sie erreichen uns auch per E-Mail info at vbgbern.ch Diese Informationen finden Sie unter diesem Video. Das Familienzentrum Bern ist ein Treffpunkt für Kinder und Erwachsene, schweizerische und ausländische Bürgerinnen und Bürger und Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Das Familienzentrum bietet Beratung zur Erziehung und Lebensfragen, beispielsweise zum Alltag oder dem Schreiben von Bewerbungen. Es gibt auch eine Kinderbetreuung, Spielaktivitäten, Kurse für Eltern und Kinder und Gruppenaktivitäten. Sie finden dazu Informationen auf der Website www.familienzentrumbern.ch Oder rufen Sie uns an unter der Nummer 031 351 51 41 Sie erreichen uns auch per E-Mail info at familienzentrumbern.ch Diese Informationen finden Sie unter diesem Video. Mütterzentrum Bern-West Sind Sie vor kurzem Mutter geworden? Möchten Sie gern andere Mütter kennenlernen? Haben Sie Fragen zum Thema Familie und Gesundheit? Im Mütterzentrum Bern-West treffen Sie auf Mütter und Fachpersonen. Das Mütterzentrum bietet zudem eine Cafeteria und eine Kinderbetreuung an. Ihre Kinder sind herzlich willkommen. Sie finden Informationen dazu auf der Website www.mütterzentrum-bern-west.ch Oder rufen Sie uns an unter der Nummer 031 991 2105 Sie erreichen uns auch per E-Mail info at mütterzentrum-bern-west.ch Diese Informationen finden Sie unter diesem Video.